Liebe Studierende, willkommen zur siebten Videoübung des Semesters mit dem Thema Gewehrkugel. Obwohl wir alle sehr friedliche Personen sind, werden wir heute mit dieser Aufgabe verstehen, wie ein Sturmgewehr aus einem physikalischen und sogar thermodynamischen Standpunkt aus funktioniert. Wir haben folgende Situation, die hier skizziert ist. Mein Sturmgewehr besteht aus einem Volumen, nennen wir dies VH. VH ist das Volumen der Patrone, der Gewehrpatrone. Und wir kennen auch vom Gewehr die Größe des Gewehrlaufes. Mein Gewehrlauf hat eine Länge L und ein Diameter D. Am Anfang, meine Patrone, oder besser gesagt, meine Gewehrkugel befindet sich in dieser Position. Und mit einem Zündungsprozess verursachen wir quasi eine Explosion des Pulvergasgemisches, sodass mein Pulvergasgemisch, kurz mein Gas, bei diesem Anfangsvolumen VH als Volumen der Gewehrpatrone, wird zu einem Höhetemperatur, TA, gebracht. Und dies bedeutet auch, dass mein Gas einen Druck, PA, besitzen wird. Und als Folge des Drucks möchte somit mein Gas sich ausdehnen. Die Ausdehnung des Gases verursacht die Beschleunigung der Gewehrkugel. Und am Ende dieser Ausdehnung, wenn die Gewehrkugel meinen Gewehrlauf, oder besser gesagt, den Gewehrlauf des Sturmgewehrs verlässt, besitzt somit eine kinetische Energie. Das heißt, meine Kugel, meine Gewehrkugel, wird sich mit einer konstanten Geschwindigkeit V bewegen. Wir kennen nach der Aufgabe die Geschwindigkeit, diese maximale Geschwindigkeit, sowie die Masse der Gewehrkugel. Die erste Frage ist ziemlich trivial. Man fragt, wie groß ist die kinetische Energie der Kugel beim Verlassen des Gewehrlaufes. Dies können wir sofort schreiben, weil diese kinetische Energie ist definitionsgemäß ein Alp die Masse der Gewehrkugel mal deren Geschwindigkeit im Quadrat. Masse sowie Geschwindigkeit sind Angabe der Aufgabe, so wie wir kennen, explizit die kinetische Energie, diese Art von Bewegungsenergie meiner Gewehrkugel. Die Frage ist per se trivial, aber man muss sich jetzt auch fragen, woher kommt diese kinetische Energie? Diese kinetische Energie, oder besser gesagt, die erreichte kinetische Energie der Gewehrkugel, lässt sich darstellen nach dem Erhaltungssatz der Energie als Ausdehnungsarbeit des Gases in meinem Sturmgewehr. Tatsächlich, wenn mein Gas sich ausdehnt, erzeugt auch eine Art Ausdehnungsarbeit und als Folge des Erhaltungssatzes der Energie, diese Ausdehnungsarbeit wandelt sich in kinetische Energie um. Das heißt, wir können sofort schreiben, dass diese jetzt bekannte kinetische Energie muss übereinstimmen mit der Ausdehnungsarbeit des Pulver-Gas-Gemisches in meinem Sturmgewehr. Und jetzt sollen wir versuchen, diese Ausdehnungsarbeit auch explizit zu berechnen, und zwar von einem thermodynamischen Standpunkt aus. Dies ist eigentlich verbunden mit der Antwort der Frage B der Aufgabe. Von einem allgemeinen Standpunkt aus wissen wir, dass thermodynamisch eine Ausdehnungsarbeit entspricht dem Volumenintegral des Drucks, und zwar zwischen folgenden Integrationslimiten, Volumen am Anfang und Volumen am Ende der Ausdehnung. Als Anfangsvolumen haben wir eben das Volumen der Patronen, der Gewehrpatronen, VA, auch eine bekannte der Aufgabe, und als Endvolumen haben wir selbstverständlich das gesamte Volumen des Sturmgewehrs. Das kann ich eigentlich hier so schreiben. Volumen am Ende der Ausdehnung entspricht der Summe des Volumens am Anfang plus das Volumen verbunden mit dem Gewehrlauf. Also P mal Diameter hoch 2 geteilt durch 4 mal L. Was noch übrig bleibt, oder was wir jetzt definieren müssen, um eben diese Integration explizit durchführen zu können, ist eben die Volumenabhängigkeit des Drucks. Und hier können wir die Informationen der Fragestellung benutzen. Es wird gesagt, dass bei der Expansion des Pulvergasgemisches handelt es sich um einen adiabatischen Prozess, da dieser Prozess sehr schnell stattfindet. In anderen Worten, diese Ausdehnung des Gases wird so schnell stattfindet, dass keine Wärmemenge, Delta Q, lässt sich mit der Umgebung austauschen. Das heißt, bei einem adiabatischen Prozess, die Wärmemenge Delta Q, die eventuell mit der Umgebung, zwischen Umgebung und Arbeitsmedium, nämlich mein Gas, sich austauschen lässt, ist gleich 0. Aber bei einem adiabatischen Prozess gelten die Poisson-Gleichungen. Und es gibt eine Poisson-Gleichung, die Druck mit Volumen verbindet. Wir wissen, dass bei einem adiabatischen Prozess Produkt zwischen Druck und Volumen hoch Gamma, wobei Gamma mein Adiabaten oder ein Adiabatenexponent oder Koeffizient ist, ich kehre dann später auf diese Größe zurück, eben so ein Produkt muss bei einem adiabatischen Prozess konstant bleiben. Somit können wir diese Gleichung schreiben für zwei beliebige Punkte der adiabatischen Ausdehnung. Wir können schreiben, dass bei einem bestimmten Punkt mit Druck P und Volumen V, P mal V hoch Gamma, muss gleich sein, zum Beispiel die Situation am Anfang der Ausdehnung selber, nämlich muss gleich sein, P a mal V a hoch Gamma. Damit habe ich jetzt hier die Möglichkeit, nach P zu lösen, um somit eine Funktion der Volumenabhängigkeit des Drucks zu definieren. Das wird dann P a mal V a hoch Gamma geteilt durch V hoch Gamma. Und ich kann diese Funktion im Integral hinzufügen oder einsetzen und dann die Integration durchführen. Das heißt, ich kann Folgendes sagen, meine kinetische Energie, nämlich die kinetische Energie der Gewehrkugel am Ende der Ausdehnung, wenn die Gewehrkugel mein Sturmgewehr verlässt, muss gleich sein, als Folge des Erhaltungssatzes der Energie, diese Ausdehnungsarbeit. Und dies ist dann gleich folgende Integration, also P a mal V a hoch Gamma. und das multipliziert Volumenintegral von V hoch Gamma selbstverständlich mit folgender Integrationslimit V a als Anfangsvolumen, das heißt das Volumen der Gewehrpatrone, wie gesagt, und Endvolumen. Die Integration hier ist ziemlich einfach, das überlasse ich Ihnen, diese akribisch durchzurechnen und am Ende bekommt man folgende Formel für die Ausdehnungsarbeit, sprich für die kinetische Energie der Gewehrkugel. Das wird dann gleich P a mal V a hoch Gamma gedeiht durch 1 minus Gamma und das Ganze multipliziert V e hoch 1 minus Gamma minus V a hoch 1 minus Gamma. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Gleichung nach P a zu lösen. Das heißt, wir können somit bestimmen, wie groß ist der Druck am Anfang der adiabatischen Ausdehnung. Und das ist gleich diese Ausdehnungsarbeit, nochmals gleich unsere kinetische Energie, die wir in der Fragestellung A berechnet haben, mal 1 minus Gamma und das Ganze gedeiht durch V a hoch Gamma mal V e hoch 1 minus Gamma minus V a hoch 1 minus Gamma. Und wir sehen, dass sämtliche Variablen sind bekannt, weil wir kennen, wie gesagt, Anfangs- und Endvolumen. Wir kennen diese Ausdehnungsarbeit. Diese Ausdehnungsarbeit muss gleich der kinetische Energie der Gewehrkugel und können wir somit P a bestimmen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich meinen adiabaten Exponent in dieser Situation kenne. Aber in Tat und Wahrheit können Sie mir sagen, dass Gamma nicht eine explizite Größe der Aufgabe ist. Trotzdem in der Fragestellung wird die molare Wärmekapazität bei konstanten Volumen definiert. Wir wissen ganz allgemein, dass das adiabaten Exponent gleich ist Cp durch Cv, nämlich gleich dem Verhältnis zwischen molare Wärmekapazität bei konstanten Druck gedeiht durch molare Wärmekapazität bei konstanten Volumen. Wir wissen aber auch aus der Vorlesung, dass die allgemeine Gaskonstante lässt sich auch darstellen als Cp minus Cv. So man kann jetzt Cp als R plus Cv definieren, das Ganze geteilt durch Cv. Dann habe ich eine Möglichkeit aus der Kenntnis von Cv, molare Wärmekapazität bei konstanten Volumen und die allgemeine Gaskonstante, kann ich jetzt eben diese adiabaten Exponent oder Koeffizient sofort bestimmen. Wenn wir jetzt den Druck am Anfang der adiabatischen Ausdehnung bestimmt haben, dann können wir schon wieder diese Poisson-Gleichung jetzt schreiben zwischen zwei Punkten, nämlich am Anfang und am Ende der Ausdehnung. Das heißt, wir können schreiben, dass Pe mal Ve hoch Gamma muss gleich sein Pa mal Va hoch Gamma. Und wir können somit diese Gleichung nach Pe lösen. Dies muss gleich sein Pa mal Va geteilt durch Ve das Ganze hoch Gamma. Beide Volumen sind bekannt und auch Pa haben wir im vorherigen Schritt berechnet. Und da haben wir somit die Möglichkeit, auch den Druck am Ende der sogenannten adiabatischen Ausdehnung zu bestimmen. Die Frage C lässt sich dann auch sehr einfach beantworten. Hier man fragt, wie groß ist das Verhältnis zwischen Anfangstemperatur, nennen wir dies T-A, nach der Zündung des Pulvers, also des Pulver-Gas-Gemisches, und der Endtemperatur des Gases, nennen wir diese T-E, kurz vor dem Verlassen des Gewehrlaufes. Ich betone, dass wir haben nochmals eben mit einem adiabatischen Prozess zu tun. So, es gibt drei Poisson-Gleichungen, die gleichzeitig gültig sein müssen, und wir können jetzt die Poisson-Gleichungen betrachten, die mir sagt, dass bei einem adiabatischen Prozess Produkt von Temperatur mal Volumen hoch Gamma-1 muss immer konstant bleiben. Und jetzt können wir diese Gleichungen schreiben, auch für die Situation am Anfang, sowie am Ende der adiabatischen Ausdehnung. Das heißt, T-A mal V-A hoch Gamma-1 muss gleich sein wie T-E mal V-E hoch Gamma-1. Und wir können somit jetzt diese Gleichung nach dem Verhältnis zwischen beiden Temperaturen lösen. Das heißt, T-A geteilt durch T-E muss dann gleich sein V-E geteilt durch V-A hoch Gamma-1. Beide Volumen sind bekannt und mit dem adiabaten Exponent auch bekannt von der Fragestellung können wir das Temperaturverhältnis entsprechend bestimmen. Und wir bemerken aus dieser Rechnung, dass die Temperatur am Anfang höher ist, als die Temperatur am Ende der adiabatischen Ausdehnung. Und noch interessant ist auch hier die Betonung, dass obwohl keine Wärmemenge ausgetauscht wird bei einem adiabatischen Prozess, gibt es eine Temperaturvariation zwischen Anfang und Ende. Und es ist tatsächlich diese höhe Temperatur am Anfang Ausdehnung gegenüber der Situation am Ende verursacht, sodass meine Gewehrkugel beschleunigt wird. Wir haben somit verschiedene Konzepte der Thermodynamik angewendet und konnten aus einem thermodynamischen Standpunkt aus tatsächlich verstehen, wie ein Sturmgewehr funktioniert. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.